Und ja, sein! Hallo? Okay. Ich glaub, so im Schnitt 15, wir brauchen eine Masse für 20 Minuten pro Hard. Ach, das ist schon nicht mehr. Okay, jetzt muss ich gleich dran denken. Dass ich da... ...noch einen Abgrund hab. So. Okay, da muss ich natürlich... Okay, da muss ich später nochmal zurück. Ich lass das mal alles hier so stehen. Ich mein, das wär dann diese... eine Kiste... ...unten drunter irgendwie ist. Ihr wollt mich schon beschweren, dass die Experten-Map davor kam. Einfacher ist. Das sind jetzt die letzten ebenfalls Experten-Map. Ich glaub, den lass ich mal. Ich muss jetzt hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen, sonst... Ja, müssen wir hier ein bisschen was wiederholen. Das gucken wir. Ja. Guck mal. Nee, ist doch noch nicht das. Ja, das können wir kaputt machen. Das dürfen wir aber noch nicht kaputt machen. Den nehmen wir mit. Weil dann haben wir, glaub ich, quasi einen Checkpoint. Ja. Ja. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, warum ich hier einfach zurückgesprungen bin. Ich hab grad mal nachgeschaut. 22 Tower, 13 Helden gibt's derzeit. Ist ein bisschen windig draußen. Unser Fliegengitter knallt gegen's Fenster. Ja. So, anstatt dass ich mir jetzt einen abwirbel, kann ich auch einfach hier hingehen. Geiler Sprung. Ja, mach dich so lustig. 3 5 5 5 5 5 6 5 6 4 9 2 Da ist immer noch eine Kiste drin. Wo kommt sie jetzt? Was? Ich bin mir jetzt unsicher. Das müsste doch eigentlich ein grüner Edelstein gewesen sein. So weit zurück? Ist das schon das Ende? Wo ist denn da schon das Ende? Wo war denn die Kiste? Wo ist denn das Ende? Und da war die so mega versteckt. Wo ist denn das Ende? Ich weiß nicht warum ich mich an so viele merkwürdige Sachen erinnern kann. Was ist denn das Ende? Das ist ja schon sehr merkwürdig, dass hier an der Seite das Dings fehlt. Ich weiß nicht, ich habe den grünen Edelstein noch nicht. Ich versuche jetzt einfach nochmal zurück zu gehen. Ich hoffe einfach mal, dass das einfach aufgepöpt ist aus irgendeinem Boden. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir sind ja nicht die Hände zurück zu gehen. Aber ich weiß nicht, dass das noch nicht erinnert hat. Ich weiß nicht, dass das nicht erinnert hat. Aber ich weiß nicht, dass das nicht erinnert wird. Dann muss das in dem grünen Edelstein-Bereich sein. Okay. Haben wir denn hier den... ja. Ne, weiß ich nicht. Haben wir den... haben wir... ja, haben wir den. Na gut. Dann muss das bei dem grünen Edelstein sein. Dann laschen wir hier jetzt einfach durch. Ja. Jetzt haben wir uns hier so viel Mühe gegeben, ne. Alles für umsonst. Ach, der grünen Edelstein bekommt man im Dunkelheitslevel, glaube ich. Ne, da braucht man alle, glaube ich. Ach, egal. Orange Asphalt. Arschgefühl. Ne, Arschgefühltet. Gefühlen. Gefohl. Wir holen erstmal... Gold. Straight to gold. Gold. Weil ich glaube... ähm, ich weiß nicht, ob das hier beides... zusammen geht. Also Kisten holen. Und erster werden. Oh, oh, oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grab those big necks! Ahem! Okay, da können wir auf jeden Fall durchheizen bei dem einen. Ach man, ihr seid so dumme Arsch-X-Krampen-Echt. Oh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Das war aber knapp. Okay. Okay. Good job. Good George. So, jetzt machen wir alle Kisten. Da können wir uns ja ein bisschen Zeit beilassen. Und danach machen wir Zeit. Da können wir uns keine Zeit beilassen. Ja. So, kommen wir da noch an. Ja. Hm. So sind schon mal die Zeiten raus. Das wäre sehr lieb von dir. Das ist nichts. Da sind wir sehr kritisch, mit denen die direkt... ähm... ...die da direkt danach stehen. Nach... ...nach den Sprüngen. Okay, haben wir gekriegt. Mit einem sehr merkwürdigen Sprung. Aber okay. Hier haben wir... Sechs Stücke. Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt, wie es am Ende bei den Sprüngen war. Wie die da verteilt waren. Ist nix. So, so Zweier-Steps irgendwie. Ich bin so dumm. Ich habe mich so konzentriert auf die Kisten, die... ...bei den Schanzen sind, ne? Ich krieg zu viel. Ah! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Untertitelung des ZDF, 2020